Bleib wo du bist. Folge mir. Und dann wollen wir hier raus. Oh, da ist Munition. Da hinten ist schon wieder so ein gestiefelter Kater. Scheiße, ich will doch hier rauf. Ja. Kann Natalia ja auch mal machen, ne? Ha! Ich bin so schlau. Sturmgewehrmunition. Laden nochmal nach. Ähm, und dann nehmen wir mal... Obwohl, nee, wir gehen erstmal runter hier. Oh, mein Rücken. Und bringen das mal dorthin. Oh, mein Kreuz, ey. Hatte doch schon einen Bandscheibenvorfall. So. Was haben wir da wieder so einen komischen? Da ist das Alter-Ding. Ha! 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 So, jetzt haben wir auch keine Munition mehr dafür. Komm mit, Natalia. So, das Ding ist hier einfach runtergeplumpst. Achso, falsch. Nein, ich will hier rauf. Macht er das wieder nicht? Ist hier etwa nix drauf? Doch. Geht doch. Man muss es nur wollen. Oh, was hat man da? Da ist ne Kiste. Äh, ne Schatztruhe. Da, Schießpulver. Ja, ne, machen wir als nächstes das Ding. So, Natalia, du schaffst das schon, ne? So, Barry, das mach ich ohne dich. Bleib da. Klaro. Alter, das ist die, alter, die Power. Komisch, dass die jetzt immer so hoch können und vorhin in die Kanalisation, war das da noch höher oder was? Drei Schlösser. Nein. 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 Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Seltene Teilebox. Oh, ich hab ne seltene Teilebox. Schön gemacht, Natalia. Ja, dann wollen wir das mal dem Barry geben. Das und das geben wir mal Natalia. Wir bauen noch ne Explosivflasche. Geben, geben die dem Barry. Das geben wir Barry. Ähm, ja. Und dann? Bleib wo du bist. Du brauchst jetzt nicht mitkommen. Das regle ich allein. Wollen wir noch mal ein bisschen Waffen nachrüsten? So, Schnellladen M, Stufe 1. Schnellladen M. Was haben wir hier drin? Machen wir mal hier Schnellladen. Teile für Magnums. Ach so. Nur für Magnum. Rückstoß. Schaden Stufe 2. Kapazität. Kacke. Anti-Rückstoß. Reduziert den Rückstoß. Höhere Stufen bedeuten weniger Rückstoß. Ach, scheißegal. So. Was ist das denn hier? Auch nur für Magnum oder wat? Ähm. Hierfür unter anderem. So. Okay, dann weiter. Meine Taschenlampe lasse ich mal an. Na, stehst du gut? Dann gucken wir nochmal hier rauf. So, jetzt kommen wir hier nämlich auch ran. Grünes Kraut. Und dann gucken wir auch gleich mal hier hoch. Natalia, lassen wir mal da unten. So. Hier können wir auch rauf. Und warum? Was sollen wir hier oben? Oh. Ja, aber hier ist doch nichts mehr. Hier können wir nur ein bisschen die Gegend angucken oder so. Ist hier etwas Schönes zum Einsammeln? Oh, da liegt jemand. Mann, 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 Mann. Gehen wir mal wieder runter. Ähm, so, hier lang. Achso, jetzt müssen wir erst mal das Ding hier reinpacken, glaube ich, damit wir das Tor aufkriegen. E. Aha. immer zu zweit sie sind keiner mehr keiner weniger siehste ach scheiße bleib wo du bist folge mir so und jetzt können wir nämlich dann auch darauf aber zuvor hole ich die natalia auch mal ich möchte die hier nicht so allein lassen so dann gehe ich mal darauf natalia ach scheiße und hier drinnen gehe ich mal dann gehe ich mal alleine rein hier und so oh warte nach so ja aha ich muss die tür nämlich jetzt hier auch aufmachen ist hier noch was schönes grünes kraut ist immer schön aber das bedeutet eigentlich wohl nix gutes so natalia jetzt kannst du mal zeigen was du drauf hast hier äh hehehe los ach Barry das ist so schwer ja man ich rum das leben ist kein zucker schlecken so ist es unterwegs oh es wird gespeichert ja folge mir ja ja und dann gehen wir mal hier hoch ach ja jetzt mach ich wieder weiter wir wechseln uns immer ein bisschen an ab ja dann legen wir das mal hier rauf und dann gehen wir hier hoch ups hm das gucken wir uns mal an dann holen wir das mal ab hier ach ach hier ist auch noch was Pistolenmunition geh mal weg da so so da oben ist ja einer böser ha kein ding ja ach 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 da hängt der dann gehen wir mal hier hoch äh hier rein einmal an den siebten himmel bitte so Taschlampe mal wieder ausmachen oh komm schon nicht jetzt verdammt oh dieser plunder hier überall äh 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 da rüber oder was ach ach Natalia du schlägst dich so tapfer so Sturmgewehr Munition komm mit Speicherpunkt Speicherpunkt oh scheiße nachladen ach scheiße das war knapp so einer ist hin da unten der Teil nimmt den Kopf da weg so einer ist hin ich verarzte mich noch nicht sowas haben wir hier ah Rubin hier kann ich nicht hin das ist kaputt du kannst dir mal wieder einen Stein nehmen ja danke ach hier ist schon wieder so ein Energieding Sturmgewehr Munition Anweisung für die Leichenbeseitigung 8. Februar 2010 wir hatten viele Leichen zu entsorgen heute mehr als sonst diese T-Phobos-Tests verheizen die Testobjekte geradezu wir haben in drei Tagen 30 Testobjekte verbraucht da bleibt uns nichts anderes sie wie immer einzupacken und in die Grube zu schmeißen ok ja und hier oben gucken wir uns dann weiter um in der nächsten Episode Mann wie die Zeit heute vergeht und ich würde mich freuen wenn ihr dann dabei seid bis dann schau und wir sind ja in aaaaaaah wollt ihr mich verarschen ich habe ja auch so viel Munition Astrein ist das ja Astrein 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 Vielen Dank.